hallo meine vorne und herzlich willkommen hier bei williams adventskalender heute an nikolaus vorne und das ist ein bisschen später geworden ich hab euch allerdings nie vergessen nicht dass ihr das denkt und ja das ist aus folgenden grund ich hatte ja schon was gekauft für euch vorne und da hab ich mir überlegt wegen nikolaus das ist ja ein besonderer tag dass ich da auch ein bisschen was anderes für euch hab ne und ja da seid ihr sicher gespannt was der william mit dabei hat und das war es dazu gewinne gibt das seht ihr jetzt frau und zwar könnt ihr euch selber hat aussuchen von online versandt aus amazon man sagt ja immer bares ist wahres und da habe ich mir überlegt jetzt wie gesagt wegen nikolaus kommen lassen sich selber aussuchen ich sag mal waren wert von 15 euro also gutschein da müsst ihr dann selber gucken weil er gerne haben wollt schreiben wir doch einfach mal in die kommentare was ihr mit den 15 euro so anstellen würde und ich sag mal gewonnen hat der wo ich am meisten lachen musste bei den kommentaren und ja bin immer gespannt vorne ansonsten würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich beim siebten türchen wieder ich wünsche euch einen schönen freitagabend und grüßt mir den nikolaus vorne falls er bei euch durch den schornstein kriegt ansonsten bleibt gesund und vergesst nicht zum zocken ist man nicht zu alt und zum beschenken erst gar nicht euer william